Also ich sage euch, dass seit ich vegan bin, habe ich so viel mehr Energie und Leistungsfähigkeit. Kurzzeitig dachte ich allerdings, dass meine Berufung Staatsanwalt ist. Die Vorlesung wirklich, es war so langweilig. Naja, auf jeden Fall geht es mir gerade überhaupt gar nicht gut. Ich muss mich gerade wirklich ein bisschen zusammenreißen. Ja, also ich nochmal wegen der Bauchschmerzen, das ist ja jetzt nicht zeigen, aber ich glaube, ich plaske mich. Ich muss jetzt erst mal aus meinen engen Jeans raus. Und jetzt streikt mein Körper ein bisschen. I don't really know what's happening. Es wird ein Jammer-Vlog. Ja, heute wird ein Jammer-Vlog. Bis zum nächsten Mal. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute ist, ich habe schon wieder überhaupt gar keine Ahnung, überhaupt keinen Plan. Heute ist der 24. März. Ja, denn März neigt sich schon langsam mit dem Ende, aber es gefällt mir, denn es wird immer wärmer. Es ist richtig geil. Heute Morgen war ich laufen. Es war erstmal ein super, super geiler Run. Und dann wird es jetzt morgens einfach wieder früher hell. Und es ist schon warm. Also heute Morgen um sechs waren schon acht Grad. Das finde ich crazy. Und das finde ich richtig geil, weil man im Winter immer nicht so früh laufen gehen kann. Weil, also im Dunkeln sehe ich mich nicht rennen. Ist nicht so, als hätte ich es nicht schon mal gemacht, aber es ist nicht geil. Naja, okay. Auf jeden Fall hatte ich einen richtig geilen, richtig, richtig guten Run. Also ich sage euch das. Seid ich vegan bin, habe ich so viel mehr Energie und Leistungsfähigkeit. Nein, Spaß. Aber, ähm, tatsächlich sagt das Buch, Hauna Shodai, ich werde davon jetzt die ganze Zeit quoten, also ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, dass man, ähm, schon super schnell Unterschiede in der Ernährung merkt. Oder Unterschiede, na, wie sagt man jetzt, dass man, ähm, sich anders fühlt aufgrund von der Ernährung. Und es ist halt auch scheißegal, solange ich davon total überzeugt bin. Funktioniert's ja. Wir lieben einfach unsere, äh, Gehirnfähigkeit. Naja, also das ist auf jeden Fall hier die Lage. Ich habe jetzt gerade eine Vorlesung, ähm, und dann werde ich gleich mal frühstücken. Dann fahre ich später zur Uni, werde heute mal wieder ein bisschen produktiv und werde was lernen. Ja, aber es geht mir richtig gut. Also heute ist ein toller Tag, das Wetter macht mich einfach richtig happy, so 120 Grad werden. Macht euch mal einen Begriff. Ja, richtig, richtig geil. Ich hatte euch gerade schon mal auf Instagram gefragt, was euch lieber ist, wenn ich euch mehr bei Instagram oder bei YouTube mitnehme. Also entweder mehr in der Story halt oder mehr Vlogs. Ähm, und da wollte ich einfach mal fragen, wie so die Stimmungslage ist. Hier jetzt auch nochmal bei YouTube. Also das könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Das würde mich mal total interessieren, weil ich beides gern mache. Ich weiß halt nur nicht, ob das halt so viel ist, wenn ich quasi alles, was ich auf Instagram dann schon mal gesagt habe, auf YouTube nochmal erwähne. Deswegen wollte ich mal fragen, ähm, was da so eure, eure Meinung dazu ist. Ja, genau. Ansonsten geht es mal wieder zurück in die Vorlesung. Ich hätte jetzt gerade noch eine Vorlesung. Recht hatte ich. Also ich muss sagen, es ist schon spannend. Aber, ja, es ist nicht so meins. Ich muss sagen, ich wurde gefragt, ähm, was ich sonst studiert hätte, wenn ich jetzt nicht BWL machen würde. Und ich muss sagen, also für mich wäre das halt nicht immer eine fixe Sache. BWL, also es ist geil. Ich gehe darin auf, es ist meins. Aber, ähm, kurzzeitig dachte ich allerdings, dass meine Berufung Staatsanwalt ist. Und da war ich so, mein Gott, muss ich Jura studieren? Aber, ich merke jetzt, das wäre auf jeden Fall nicht meins gewesen. Ja, naja, genau. Auf jeden Fall werde ich jetzt frühstücken. Ich habe mir Porridge, Joghurt, alles mögliche an Früchten, ne, das, was ich halt jeden Morgen esse, gemacht. Und, ähm, dann werde ich meine Sachen zusammenpacken und zur Uni fahren. Genau, das ist hier so die Situation. Yes. Und ich habe mir richtig geil so eine Crispy Skull. Das sind so Dinkel, Dinkel Flakes oder so. Und die schmecken so lecker. Ich glaube, die kann man auch einfach nur so snacken. Super nice. Jetzt ready, ist es richtig warm. Deswegen habe ich, naja, die sieht halt richtig dick aus. Vielleicht ist die auch wirklich ein bisschen zu dick. Vielleicht wechselt gleich noch eine Jacke. Aber ich dachte mir, eine Lederjacke ist halt auch super dünn, oder? Aber ich fühle mich jetzt vielleicht nicht. Naja, egal. Lassen wir es jetzt mal so. Ich gehe jetzt auf jeden Fall los. Habe mir noch mein Essen mitgenommen. Ich hatte noch Ofengemüse von gestern. Noch das Brot von gestern. Und eine Birne. Mal sehen. Esse ich eine Birne? Vielleicht. Schau ich mal. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg. Und ich freue mich sehr auf die Sonne. Okay, also ich bin nochmal immer entschieden. Und ich habe jetzt tatsächlich nur eine Lederjacke an. Kann man sehen? Ja, genau. Aber jetzt mache ich mich wirklich auf den Weg. Boah, das Wetter ist so geil. Es ist so unglaublich geil. Ich habe jetzt nur diese Lederjacke an. Ich könnte sie ausziehen. Es ist so unnervlich warm. Ich liebe es. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Also wirklich der absolute Hammer. Liebe Leute, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Ich hatte eben noch eine Vorlesung. Die Vorlesung wirklich, es war so langweilig. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Professor den Unterschied zwischen wichtigen und unwichtigen Details einfach nicht, keine Ahnung, ausdrücken kann. Und dann so Beispiele bis ins letzte Detailbespräch, wo man sich so denkt, alter, ja, wir haben den Punkt verstanden. Heute dann auch so, meinte irgendwie viermal, von wegen, ja, wenn man durch eine größere Zahl teilt, dann wird das Ergebnis kleiner. Und das hat er so achtmal erklärt. Und ich war so, ja, also das ist ja irgendwo auch klar. Naja, auf jeden Fall geht es mir gerade überhaupt gar nicht gut. Ich muss mich gerade wirklich ein bisschen zusammenreißen in der Bahn. Das war ganz crazy. Also, ja. Ich habe voll die Bauchschmerzen. Das ist so schlimm. Ja, also ich muss mich jetzt mal hier ein bisschen, ich muss jetzt mal kurz wegatmen. Bin jetzt aber auch gleich zu Hause. Und dann melde ich mich nochmal. Ja, soll ich nochmal wegen der Bauchschmerzen? Und, Alter, es ist so schlimm. Macht euch gar keinen Begriff. Ihr merkt doch, ich bin an einem Punkt angekommen. Ich rede mit euch einfach über alles. Und ich hoffe, das ist in Ordnung. Nee, ich bin gegen Tabuthemen. Also, das macht die Sache ja einfach nicht besser, ne? Es ist ja einfach so. Es ist so schlimm. Ich habe das jetzt irgendwie seit Corona. Das ist mein Bauch immer, es ist ein bisschen weird. Es ist so, egal was ich esse, errastet komplett aus. Und ich hatte das schon mal. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es an Corona liegt. Aber so, ich glaube, es war so eine Woche nach dem Fasten oder so. Da hatte ich das auch für ein paar Tage. Und es war wirklich schlimm. Ich saß gerade in der Bahn und ich hatte so richtige Krämpfe. Und ich war so, auch beim Gehen. Also, ich weiß nicht, was hier jetzt Phase ist. Was ich mir gedacht habe, es könnte vielleicht daran liegen, dass ich momentan super viel unterschiedliches Obst und Gemüse esse. Weil das habe ich nach dem Fasten auch gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass mein Bauch halt einfach ein bisschen überfordert ist. Aber ich möchte es ja jetzt nicht zeigen, ne? Aber ich glaube, ich platzke mich. Das kann man eigentlich echt keinem erzählen. Naja, das ist auf jeden Fall die Stimmung. Und ich habe halt Hunger. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich essen soll, weil es nach jedem Essen einfach scheiße ist. Ja, das sind jetzt hier gerade so meine Problemchen. Es sind keine Problemchen, es sind Probleme. Ja, naja. Also, das ist jetzt hier die Situation. Aber was ich eigentlich wissen möchte, hat da irgendjemand Erfahrung, Tipps? Ich brauche alles. Also, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Meine Verdauung ist in Ordnung. So, so viel sei gesagt. Und da gibt es ja auch einfach super gute Mittel. Da bin ich im Game. Also, Leihensamen, Trockenpflaumen, gib mir alles, ich weiß beschadet. Aber sonst, ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich hoffe, dass ich das einfach in Luft auslöse. Was ich auch jetzt wirklich unbedingt mal machen möchte, ist ein Test bezüglich der Intoleranzen. Weil ich das einfach mal abchecken lassen möchte. Ich habe das Gefühl, irgendwas läuft hier nicht ganz rund. Naja, genau. Okay, genug zu diesem Thema. Aber haben wir darüber jetzt auch mal gesprochen, oder? Ihr könnt mir auch gerne von eurem Problem erzählen. Hat da jemand... Ach, das ist doch scheißegal. Naja, ich glaube, ich weiß nicht, was mache ich mir jetzt zu essen? Was könnte mein... Was könnte dann jetzt mal ganz gut sein? Weil heute nach dem Frühstück, ich habe Porridge gegessen. Also ich meine, was Besseres kann man ja eigentlich nicht tun. Und da ist er auch schon ausgerastet. I don't know. I really don't know. Naja, mal sehen. Vielleicht lege ich mich mal ein bisschen. Ich muss jetzt erst mal aus meiner engen Jeans raus. So, okay, jetzt haben wir echt genug drüber geredet. Jemose, ich lege jetzt im Bett. Ich habe mich eben noch gedehnt oder versucht, mich zu dehnen. Heute klappt hier nämlich gar nichts. Mein Körper ist einfach so, weiß ich nicht, Error. Es funktioniert ja nichts. Naja. So, ein bisschen weitergejammert. Nein, ich habe mich auf jeden Fall gedehnt und irgendwas ist mit meinem linken Bein. Also irgendwie, also, es tut total weh. Und ich weiß nicht, was es damit ist, weil ich habe das eigentlich nicht nochmal überdehnt. Ja, das ist komisch. Und allgemein war ich heute nicht so dehnbar. Dehnbar, sagt man. Keine Ahnung, vielleicht ist es nach dem Laufen, I don't really know, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es war trotzdem gut, sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen zu bewegen und so. Und, ähm, ja, ich habe, achso, ich habe auf jeden Fall noch eine Scheibe Brot und Joghurt gegessen. Also noch Joghurt. Ähm, das war ganz gut. Jetzt geht es meinem Bauch auch ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber auch nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht so ganz, was hier Phase ist. Aber, ja, auf jeden Fall heute Morgen noch so, boah, ich fühle mich so fit, ich fühle mich heute so gut. und jetzt streikt mein Körper ein bisschen. I don't really know what's happening. Naja, ähm, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, heute Morgen war ich ja laufen. Und irgendwie habe ich nach dem Laufen immer nicht so direkt Hunger. Und dann habe ich halt irgendwie noch, keine Ahnung, länger gewartet, bis ich gefrühstückt habe. War das der Auslöser? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, genau, das ist auf jeden Fall. Dann wollte ich mir eben, ich eben meinen Flechtzopf machen. Hat nicht funktioniert. Hat einfach nicht funktioniert. ging nicht. Ja, kann ich über noch was jammern. Hm, was, was gibt es noch zu jammern? Ich glaube, es wird ein Jammer-Vlog. Ja, heute wird ein Jammer-Vlog. Nee, Spaß, alles gut. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen jammern. Musste ich jetzt mal loswerden. Okay? Musste ich bei euch rauslassen. Und, ähm, ich finde auch einfach, wenn es, wenn man so Bauchbeschwerden hat, dann, dann fühlt man sich einfach, man fühlt sich einfach richtig blöd. Ja, das, das, das stresst mich ein bisschen. Aber das wird sich schon wieder einrenken. Sag ich so. Und ansonsten gehe ich jetzt, glaube ich, auch gleich pennen. Ich bin schon wieder richtig müde, aber ich schlafe momentan richtig gut. Das ist sehr geil. Das bringt Spaß. Ähm, wir haben jetzt auch schon 10. Ich werde das noch ein bisschen lesen, I guess. Und dann gehe ich pennen. Viel dazu. Also, ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gejammert, aber das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Wollte ich gerne mit euch teilen. So. Und jetzt bin ich auch fertig mit jammern. Jetzt ist auch, jetzt ist auch alles wieder in Ordnung. Ähm, nein, genau. Also, ich hoffe, dass ihr gerne zugesehen habt. Also wir uns natürlich im nächsten Video wiedersehen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft mich gerne abonnieren. Also, ne? Ähm, ist gerne gesehen. Und, achso, ich habe hier wieder meine Pickelcreme im Gesicht. Ich wurde gefragt, was das ist. Das ist einfach Zinksalbe. Das ist, glaube ich, einfach so Wund- und Heilsalbe. Ähm, ob es funktioniert? Keine Ahnung. Ich klatsche mir einfach gerne ins Gesicht. Ja. Ich bilde mir ein, dass es schon funktioniert. Und dann funktioniert es ja auch. Ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Okay. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch alle ganz toll gedrückt. Und ein dickes Küsschen an dich alle. Ciao. 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 Ciao.